Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Deutschland, Europameisterschaft, 2008, Vorrunde, dritten Spieltag, Österreich gegen Deutschland, Ergebnis 0 zu 1. Startelf, Österreich, Marschor, Reich, Strinzel, Haddan, Bokarans, Früsch, Aufhausderch, Ivansich, Elferschitz, Henrik, Korkermanns, Höfer, Startelf von Deutschland, Lehmann, Friedrich, Marques Gerr, Max Saler, Lahm, Frankis, Ballack, Franz, Polkowski, Bestenspieler von RCFC Köln, Mirolav Klose, Mario Gormitz. Das war's von Österreich gegen Deutschland, 1 Uhr nachts, 42. Oh, das ist toll! Tschüss! Tschüss, kommentariv!